Jungfrau Maria, die Arroganz und der Stolz der Menschheit sind eine Beleidigung für die Gegenwart Gottes. Mittwoch, 13. Februar 2013, 20.10 Uhr Mein heiliger Mantel bedeckt all diejenigen von euch, die mich, eure himmlische Mutter, während dieser Zeiten der Züchtigung anrufen. Da der Zorn meines ewigen Vaters zunimmt, müsst ihr, meine lieben Kinder, in mich beten, um das Leiden zu mindern, das wie eine Flut die Erde überschwemmen wird. Ihr müsst auf das konzentriert bleiben, was mein Sohn euch sagt, und im Gebet vereint bleiben, damit die Sünde vergeben werden kann. Die genusssüchtige Wolke, die über dem westlichen Teil der Welt hängt, woraus mein Sohn verstoßen wurde, wird jeden Tag dichter. Die Arroganz und der Stolz der Menschheit sind eine Beleidigung für die Gegenwart Gottes. Ihre leeren Seelen sind wie leere Gefäße, und sie sind mit wertlosen Reichtümern gefüllt, die von der Hand des Menschen geschaffen sind. Keinen Platz haben sie in ihren gierigen Herzen für die wahre Liebe, für die Gottesliebe. Ohne die Gottesliebe sind sie außerstande, irgendjemand anderen zu lieben als sich selbst. Dies bedeutet, dass die Menschheit leidet, mehr, als sie es sollte, weil die Liebe nicht geteilt wird. Wenn ihr euch nur um euch selbst kümmert, könnt ihr keinen Trost geben oder das Leiden derjenigen erleichtern, die auf andere angewiesen sind. Wacht auf, Kinder, nur wenn ihr eure Herzen für die Wahrheit öffnet, werdet ihr imstande sein, die Barmherzigkeit meines geliebten Sohnes zu erobern. Eure geliebte Mutter, Mutter der Erlösung.